Hallo Leute, es ist endlich wieder soweit. Nach zwei Jahren Pandemie können wir hier wieder mal unseren Bundstand mit Inventuropferkauf machen. Das Ganze findet statt am Freitag, den 9. Dezember, das ist der Zwickeltag. Wir starten um 14 Uhr, geht bis Open End. Also keine Sorgen, wenn Sie nicht gleich am Nachmittag Zeit haben, sondern erst am Abend sind wir sicher auf alle Fälle noch da. Für Verpflegung ist auf alle Fälle gesorgt und wie Sie es schon kennen, auf alles was lagrend ist bei uns, gibt es minus 20%. Kleine Ausnahme, es kann mit der Handschicht wieder nicht und natürlich auf alles was Aktions- oder Sondergeschichten sind, können wir natürlich nicht nur mal 20% noch losgeben. Ich freue mich, wenn wir Sie sehen. Nehmt gute Laune und ein bisschen Zeit mit und ja, ich hoffe wir sehen uns. Bis dahin, macht es sich gut.